Ich kenne keinen, der gerne seine Toilette putzt. Ich gehöre dazu. Aber was muss, das muss. Also Einweghandschuh angezogen, unseren blauen Reinigungshandschuh und Witzelhygienegel. Das lasse ich vorher etwas einwirken und dann geht es ab in die Tiefen. Und ich kann sogar durch den Handschuh ein wenig spüren, wo der ganze Sputz hängt und bekomme ihn damit besser gelöst. Eine Klobürste kommt da nicht hin. Jetzt noch nachspülen. Tada! Folgt mir für mehr Tipps.